...gegen Ball. ...eher ein Spätstarter ist, gerne mal im ersten Satz erstmal ein paar Punkte zurückliegt, aber hier direkt die 4 zu 0. Und hier legt er los. Also nach diesem ersten Satz lautet die Erkenntnis. 10 zu 1. 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 Timo Bollmann in die Pitch gegen Lustjam Laschik und mit diesem Punkt kann aber sehr, sehr gut lieben der Pole ja, haben wir gehört da hatte ein Zuschauer diesen Punktgewinn schon abgeschenkt aus der Sicht von Timo Boll aber der Rekord-Europameister nicht kommt an diesen Netzroller Klasse gespielt und keine Chance für Bäume an den Ball zu kommen von Laschik der hier jetzt nochmal seine allerletzte Chance ärgerlicher Rückhand und das sind die beiden Matchbälle für und genau das schafft Timo Boll die Erwartungen zu 100% erfüllt Das ist eine gute Idee Untertitelung des ZDF, 2020